Liebe Remscheiderinnen und Remscheider, zum Jahresende möchte ich mich noch mal an Sie wenden und mich für ein engagiertes und ambitioniertes Jahr bedanken. Wir hatten alle im Sommer gehofft, dass die Corona-Pandemie so langsam zum Ende geht. Leider zeigt die heutige Entwicklung, dass wir noch lange nicht die Pandemie überwunden haben. Ich weiß, dass manche Bedenken haben, dass manche Sorgen haben, wie es denn nun weitergeht und auch keine Freude an der einen oder anderen Einschränkungen haben. Aber meine große Bitte an Sie ist, wenn wir gemeinsam durch diese Pandemie gehen, wenn wir uns gemeinsam an die Einschränkungen halten, wenn wir gemeinsam vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass möglichst viele Menschen geimpft sind, dann werden wir mit Sicherheit im kommenden Jahr wieder alle Dinge machen können, die uns in diesem Jahr leider nicht möglich waren. Feste feiern, gemeinsame Begegnungen haben, in der Stadt uns zu begegnen und viele Dinge zu genießen. Denjenigen, die Zweifel haben, rufe ich zu, denken Sie doch bitte nicht nur an sich, sondern denken Sie auch daran, dass Sie mit einer Impfung nicht nur sich selbst schützen, sondern auch Ihre Nächsten, Ihre Familie, Ihre Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz, all die Menschen in unserer Stadt, die einen besonderen Schutz verdienen. Leider sind schon über 200 Menschen an der Pandemie verstorben. Denjenigen, die erkrankt sind und noch heute unter den Nachwirkungen zu leiden haben, wünsche ich alles Gute und wünsche Ihnen vor allen Dingen, dass Sie schnellstmöglich wieder gesunden. In diesem Jahr hat es noch eine zweite große Herausforderung für unsere Stadtgesellschaft gegeben. Am 14. Juli ereignete sich eine Unwetterkatastrophe, die nicht nur in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, sondern eben auch bei uns in unserer Stadt zu erheblichen Zerstörungen gesorgt hat. Wir sind zwar im Vergleich zur Erft und zum Ahrtal glimpflich davongekommen, das aber hilft denjenigen in unserer Stadt, die in besonderer Weise betroffen waren, kein Stückchen weiter. Mausbach und Eschbach sind über den Ufer getreten und haben zu massiven Zerstörungen geführt. Es gibt Haushalte, die komplett zerstört waren. Es sind Unternehmen, die im wahrsten Sinne des Wortes untergegangen sind in den Fluten. Große Schäden sind an der Infrastruktur entstanden. Aber auch da hat sich die Stärke unserer Stadtgesellschaft gezeigt. Ganz, ganz viele Menschen haben ehrenamtlich mit angepackt, haben Menschen besucht, haben Schäden aufgenommen, haben Spenden gesammelt und verteilt, haben Möbel und andere Haushaltsartikel den Menschen zur Verfügung gestellt. Übrigens nicht nur hier, sondern auch an Erft und Ahr. Diesem ehrenamtlichen Engagement kann ich nur größten Respekt zollen und mich ganz herzlich dafür bedanken. Manchmal waren es gar nicht die materiellen oder die Geldspenden, die den betroffenen Familien weitergeholfen haben. Manchmal war es mindestens genauso wichtig, dass Menschen da waren, die sie besucht haben, ihnen zugehört haben, ihnen Trost gespendet haben und sie begleiten und sie nicht alleine lassen in dieser für sie so großen und herausfordernden Situation. Ich möchte Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen, hoffentlich im Kreise Ihrer Familien und ein gutes und gesundes neues Jahr. Lassen Sie uns gemeinsam mit der gleichen Solidarität wie in diesem Jahr das neue Jahr anpacken. Dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir all die Herausforderungen, die auf uns zukommen, auch gemeinsam packen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Danke. Danke.